Wie entwickelt sich der Eigentumswohnungsmarkt in Österreich? Eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Im ersten Halbjahr 2021 sind die Quadratmeterpreise für eine Eigentumswohnung um 6,8% auf 3.709 Euro gestiegen. Im Schnitt kostete die typische Wohnung 235.403 Euro. Die Preiskurve zeigt in allen Bundesländern nach oben. Am stärksten in Wien, Vorarlberg und in Kärnten. Der Wert der verkauften Eigentumswohnungen ist im Jahresvergleich um 20,1% auf 6,76 Milliarden Euro gestiegen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass Eigentumswohnungen sowohl bei Anliegern als auch Eigennutzern weiterhin hoch im Kurs stehen werden. Nähere Informationen zum Wohnungsmarkt in den jeweiligen Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken finden Sie auf remax.at. Übrigens, sollten Sie daran denken, eine Immobilie zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Wir freuen uns auf Sie!